Welcome to Cronys YouTube Channel, leave your like! Ja, haut immer ein Huni oder 200 oben drauf so. Ist auf jeden Fall cool, ne? Freut mich auf jeden Fall. Die Battles werden halt auch einfach geil. Soll ich einfach mal eins aufmachen? So ein großes irgendwie. Wir haben hier eh ein bisschen extra Kohle. Wir machen mal ein Battle auf mit Premium Case. Premium Case ballern wir auf. Machen da aber drei Spieler. So ein Great Battle. Ist auf jeden Fall lecker. Dann würde ich auch sagen, machen wir ein paar diese neuen Kisten. Auch reduzierte Kisten. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Die Kisten sollten ja eigentlich verhältnismäßig so sein, dass die Seite eh Gewinn macht. Ist klar, so auf Dauer. Ansonsten macht keiner so eine Seite. Aber die sollte ja ausgeglichen sein, in Anführungszeichen. Also wenn die jetzt 170 mal gekostet hat, konnte man davon ausgehen, dass die Seite nochmal den Dollar Profit gemacht hat. Deswegen reduzierte Kisten sind eher nicht so meins. Ist eher so ein Blickfang, denke ich. So, was machen wir auf? Boah, Premium Case. Die ist halt einfach geil, ne? Und die letzte Zeit läuft es auch relativ ausgeglichen, muss ich sagen. Ihr habt ja das Video von gestern gesehen, wo ich 2400 Dollar insgesamt ausgegeben habe. Lief um einiges besser als die letzten zwölf Videos, die ich da gemacht hatte für die Seite. Hoffen wir natürlich, dass es hier bei Hellcase auch in diesen zwölf Videos besser läuft als in den letzten zwölf Videos. Boah, Mann ey. Oh, 29 Dollar ist gar nicht schlecht. Plus minus 0. Hier aus der Premium Case haue ich nämlich immer meine Affiliates rein, ne? Wenn ich eine Zeit lang keine Deals hatte für Hellcase und hier Affiliates gesammelt habe, haue ich die immer in die Premium Case und da habe ich schon Dinger gezogen. Unglaublich. Static Asimov M4. Ja, boah, weiß nicht. 100 oder irgendwas. 139 Dollar oder so. Absolut köstlich. Ähm, ja. Wie viel haben wir denn angefangen? 1100, ne? Highcase haben wir das jetzt aufgemacht. Und wir haben bis jetzt noch kein einziges Mal wirklich Profit gemacht. Bis 900, ne, bis 850 Dollar. Ja, doch, 850 Dollar machen wir ungefähr. Wir haben ein bisschen testen. Wieder kein Profit. Aber 20 Dollar Skins. Unter dem Video gibt es natürlich auch wieder ein Go-Welt, 20 Dollar. Heißt, ich kann die 20 Dollar Skins nachher schon mal direkt auszahlen, damit ihr nicht so lange warten müsst auf, ähm, wegen der Trade-Sperre. Ich habe auch im Inventar gerade wieder 20, 20 Dollar Skins. 20, 20 Dollar Skins. Ja, moin. Die schicke ich nachher am Onze raus, sodass der die auf jeden Fall in der Woche alle verteilen kann. Wieder ein 20 Dollar Skin. Ist gut fürs Giveaway. Ähm, schlecht für, für Profit, weil, ja, bis jetzt habe ich noch keinen großen Profit gemacht. So, die Lightning Strike wäre natürlich mal ein Ding gewesen. 7 Dollar, ganz kritisch. So, 2 machen wir noch auf. Und dann haben wir nicht wirklich viel Profit gemacht, dieses Video. Beziehungsweise sogar eher hart. Oh, 52 Dollar. Lecker. Haut es ein bisschen raus. Komm, die letzte Kiste jetzt. Die muss noch mal richtig rein zappern. Die muss noch mal ganz, ganz richtig rein zappern. Ah, StatTrak. Hm. 27 Dollar. Ne. Wir haben hier 213 Dollar gemacht. Wie viel haben wir denn ausgegeben? 250 Dollar haben wir ausgegeben. Also haben wir hier ein klares Minus gemacht, leider. Ist halt aber so. Kann man nichts machen. Kann nicht jedes Video Profit machen. Das müsst ihr euch natürlich auch bewusst sein, wenn ihr gambelt. Wir probieren hier trotzdem noch ein paar 20 Dollar Skins extra zu holen. Die kann ich nämlich dann alle schön für die Giveaways benutzen. Cool. Den haben wir jetzt. Okay. Den da brauchen wir auf jeden Fall noch. Guck auch, dass ich was einigermaßen Geiles rauskriege. So eine RK kann man halt benutzen. Kriegt ihr nichts, euch irgendeinen Kack zu holen. Oh, lecker. Sehr lecker. Den man nicht benutzen kann. Ja, perfekt. War nicht sonderlich Plus gemacht. Aber wir haben wieder 27 Dollar ist ein Ticken viel. 22 Dollar. 19 Dollar. So, und den nehmen wir auch noch mit. Gut, ich bedanke fürs Zuschauen. Haut rein. Und bis Spider-Man. Bis zum nächsten Video. Tschüss. So, da sind wir hier beim Highcase-Video vom 9.11. Wird hier ausgelost. Wird hier rüber kopiert. Trade-Link muss dabei sein. 109. Kicken wir hier nochmal weg hier, damit wir hier mehr sehen. Zack, und jetzt fliegen hier die Kommentare durch. Eine gute Complex hat gewonnen. Schauen wir mal, Trading funktioniert. Gut abgespeichert. Glückwunsch an dich. Ich sage, haut rein.